so herzlich willkommen zur ersten folge von altes live ihr seht, rennen wir hier im dunkeln rum gucken wo wir eine bank haben ja ich stelle euch das spiel mal jetzt vor hat zwar jetzt sagt er schon gezockt aber egal keine polizei kein nix schönen kleiner gang hier ist das schön sind hier keine händler oder sowas keine bank naja ist ja nicht so wie die sie wo man sammeln kann hoch ist das aber dunkel ja da ich glaube da gehe ich wieder in der Stadt, da ist irgendwo so heller da sieht man wenigstens was also ich spiele mit dem controller nicht aufregend sieht ein bisschen komisch aus beim rennen menschenleer menschenleer mhm mhm teleboon kann man das benutzen? das wäre gut ne, leider nicht Was ist das denn hier? Ja, ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen. Lange nicht mal ein Faktorspiel. Hm, der Strand, haben wir da irgendwas? Die Kirche. Ah, da ist das Ducken. Keine Polizei. Nur zwei Zivilisten. Keine Ärzte. Hm. Aha. Da hätten sie wenigstens ein Netz an die Tore machen können. Ne, ich glaube, dass man wenigstens Fußball spielen kann. Vor langer Weile. Wie kommt der Landeplatz? Was? Mhm. Wo findet man ne Bank? Meiner Güte. Ist das hier normal oder was? Baustelle. Was haben wir denn hier? Schönes, ein schönes Hochhaus. Mhm. Öffnen wir in DZ. Nur, dass ihnen keine Zombies folgen. Tankstelle. Kein Auto drinne. Sauerei. Die Hälse kann man auch rein. Bring den auch mal rein. Gar nichts. So, jetzt haben wir mal draußen. Wenn ich wenigstens wüsste, wo der Marktplatz ist, verdammt. Ein halb kaputtes Haus. Kirche. Okay. Okay. Also wie gesagt, zu meinen Let's Plays kommt jetzt auch noch so Witcher 2. PC-mäßig. Kaik, wo bin ich denn? Hm, hm. Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hi, der Witzker. Wir haben den Marktplatz gefunden. Glaub ich spinne. Das ist der Marktplatz. Juhu. Ach, hier. Bank. Na? Komm, 40.000. Heben wir mal ab. Komm. Danke. So, was haben wir hier? Schnapsladen. Wein. Nachdem wir nicht haben. Auch kein Schnaps. Schmerzmittel nur für Niere. Na, na, na. Wollen wir nicht gleich mal so überdrehen. Eine Niere. Eine Niere-Bäuwe, wenn ich sowieso wäre. Aber ich trinke ja nicht. Haha, da habt auch ein Pech diesmal. Fischmarkt, ne? Das ist ja auch nichts. Was ist denn los? Kein Fisch? Hm. Ventless. Gekauft. Ventlessbrille. Gekauft. Erste Hilfe. Haft und. Oh. Zack. So, jetzt haben wir ja erstmal Zeug. Was wir so täglich brauchen. Lizenzen. Führerschein. Zack. Jetzt brauchen wir noch Rucksack. Oder hat der Scanner? Oder hat der einen Rucksack? Keine Ahnung. Hast du einen Rucksack irgendwo, Jüngchen? Müsste eigentlich sein Rucksack, sag ich doch. Ja. Gott weiß ich da aus. Der Rucksack. Das ist natürlich kleiner, ein Seesack. Auch kleiner, großer Rucksack. Ah, der sieht besser aus, zack. Kleidung. Jetzt wollen wir noch Brillen Gott hat das Brille Sonnenbrille Gott hat das Ach, ne Mutti So meine Damen und Herren, das war die erste Folge von Altes Live Auch hat es euch gefallen Ich sage dann Tschüss Bis zum nächsten Mal Lasst es euch gut gehen Haut rein und Tschüss